Was haben wir denn in der Dose drin? Das ist ein Mango. Und das andere, das sind alles Aprikosenkerne. Die machen da drin Wurzeln. Erst hatte ich sie nur in Papier. Aber das Papier hat dann ein wenig das Schimmeln angefangen. Dann habe ich sie aus dem Papier raus und habe ein bisschen Wasserstoffperoxid drauf gemacht gegen den Schimmel. Und jetzt sieht es gut aus. Diese kleinen Runden hier, die sind von Blattnektarinen, von diesen flachen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Bis jetzt sieht es gut aus. Die muss man halt dann einpflanzen irgendwann. Das ist gut aus. Das ist gut aus. Das ist gut aus.